Subta Parishvangushtasana ist die Bezeichnung für zwei verschiedene Asanas. Es kann zum einen heißen, im Liegen die Großzehe zur Seite bringen oder auch im Liegen die Großzehe zu den Rippen bringen. Parishva heißt Rippe oder auch Seite. Annika zeigt beide Möglichkeiten. Vom Liegen ausgehend kannst du das rechte Bein entweder gestreckt halten oder leicht beugen. Und dann ziehe mit beiden Händen die Großzehe zum Brustkorb hin, also zwischen den Rippen. Diese Stellung ist eine schöne Vorübung für den Lotus, Padmasana oder auch Fuß hinter den Kopfstellungen, Yoga Nidrasana. Diese Stellung ist unbedingt empfehlenswert als Vorübung für fortgeschrittene Übungen, eben wie Padmasana und alle Fuß hinter den Kopfstellungen. Ein zweites Asana, das als Subta Parishvangushtasana bezeichnet wird, ist vom Liegen ausgehend. Strecke beide Beine aus, dann hebe ein Bein hoch, zum Beispiel das linke Bein und fasse dann mit Zeigefinger und Mittelfinger um den Großzeh herum. Und dann gib das Bein zur Seite, so weit wie du kannst und du kannst aber den rechten Arm nach rechts geben. Und so hast du im Liegen einen Großzeh zur Seite gebracht und so ist das Subta Parishvapadangushtasana mit gestrecktem Bein. Und so ist das Subta Parishvapadangushtasana mit gestrecktem Bein. Und so ist die Frage, dann abra ich es. Vielen Dank.